oder hört sich so an schnellere schritte auf jeden fall aber hier in der nähe ist niemand ich schau mal hier jetzt da ist ein wasser da ist ein halt dran das ist geil das ist mal richtig nice genau wir müssen jetzt hier einfach die räume durch forsten ist nichts nach potenziellen gegnern und die sieht man hier als sehr spät durch diese ganzen ecken und kanten ja eben war doch hier ein gegner wenn ich hierhin gehe da ist nichts alles klar so ja ich hoffe halt dass euch das bis jetzt gefällt hier und wie ich hier manchmal wirklich abfehle ja und da hier kommt ein gegner irgendwo der ist hier hinter aber wo hier hinter wie komme ich da hin Moment mal Moment mal da hinten da ist ein Durchgang hier da ist ein Durchgang und dann geht's geht's hier rein krass ja da ist er da ist der Gegner da ist der Gegner da ist der Gegner da ist klar die schneidet doch jemanden die schneidet doch den typen den kopf ab okay alles klar hier ist ein ein todermann der ist verletzt okay oder tot oder weiß ich was weiß ich ja genau das zweite level raus möchte ich erstmal noch nicht ich find's hier drin bequemer so dann würde ich sagen gehen wir einfach mal weiter weil irgendwo hier ist doch bestimmt wieder ein typ da draußen vielleicht oh shit alter schon wieder so mit so brutalen waffen hier alter bleibt da bloß stehen so alles klar und jetzt bist du fertig wo ist der links oder was was ist hier da ist nichts ist hier ist hier was drin leider nicht ich glaube so da oder da was ist das denn ich glaube hier oh ja oh da ist er doch schaut mal sag ja genau das ist der kill von unten der blutet wieder so krass da ist aber noch einen noch ein gegner wo ist er die richtung draußen okay alles klar dann nehmen wir mal raus es ist eine moment ich kann mich an dies genau da ist es muss man sich das also quasi auch verdienen es nie tun so zu sagen das ist die bombe ja sehr nice also die bombe kriegt man bei aber schon im zweiten level bzw im dritten level wobei das bei rikimaru erst in fürst wo das feldlager der fall war ich gucke ob ich hier oben was machen kann ich glaube nicht dann gehe ich einfach mal hier runter der jump hat nicht geklappt aber ist egal oh mein gott da ist ein typ so mein gott um gottes willen aber sie sind die blind ich wusste es doch und sagt dreh dich einmal eine runde was ist das denn für eine art das ist ein bar die hier die dürfen uns sehen dass kein problem schaut mal das ist cool da war ich nämlich auch noch nicht aber ich glaube hier auf den dächern gibt es nix hier gibt es nix okay dieser klappt die wieso klappt dieser jump nicht keine ahnung dieser jump klappt gerade ich mache mal weiter kann man das hier kaputt machen ich nein aber ich glaube hier war eines ich habe mich erschrocken diese frau da ja was ist das denn gewesen ich habe mich voll erschrocken als wäre irgendwas aus dem busch gesprungen die diese diese unschuldigen hier die sind wirklich wie wie gegner also ganz ehrlich okay was ist dies hier hier kann ich nicht hier kann ich nicht weiter okay kann ich hier da kann ich aber darauf ich gehe einfach mal darauf hoch mal gucken gucken was es da so gibt es gibt ja hier gegner oder nein alles klar dann nicht in das feuer jahre was mich raten jetzt sieht mich wieder jemand hier so wer ist denn hier ach die die ist das die hat mich gesehen scheiß patrouillen alter lauf das sind keine unschuldigen das sind gegner patrouillen ich muss wieder raus ich habe die orientierung verloren habe ich glaube ich habe jeden gegen das ist die schon wieder die solchen dahin kommen muss ich vielleicht hier drüber wieder dieser haken hat es so lustig ich denke ich glaube ich muss wieder hier lang ja kann sein ja muss muss weil ich muss hier hier rein muss ich mein gott was ist hier das auch wieder an das ist der der friend jeder ball die alles klar cool ok man ich weiß nicht wo ich hin soll was doch blöd hier waren hier echt so wenige gegner warum komme ich jetzt nicht hier rein ich muss ich bin jetzt wieder bei der frau ne ja ach mensch wie moment mal ich muss mal eben die karte lesen wie komme ich hier rein so ich muss hier rein da muss ich hier geradeaus und dann rechts durch hier durch ach ja ok so einmal gucken ist nichts naja ist noch einmal die alles klar hallöchen mein gott aber ich kann mich erinnern dass hier ein gegner war was oh geil danke schön der hilft mir ja ja guckt euch das an der macht den typen jetzt eiskalt für mich platt ja das ist natürlich nett das ist natürlich geil aber den hätte ich gerne gekillt so als stealth aber naja ist egal dankeschön buddy das war sehr nett von dir oh ey poker face hier krass ey ja das ist das gibt das wusste ich aber das dass mir das jetzt hier so passiert äh hm hab ich nicht erwartet aber ist cool es ist cool auf jeden fall aber ich muss erstmal naja die statistik wird nicht reichen für großmeister aber es ist egal kommt schon hauptsache ich hab spaß hier bei den spielen und stelle mich nicht ganz so blöd an wobei ja ich frage mich jetzt wo das ende sein soll ha was habe ich da gesehen aha da ist ein gegner da ist doch noch einer ja seht ihr das nicht rumdrehen alles klar ey so das ist der kill von der seite kann man das hier kaputt irgendwas hier kann man kaputt machen ich weiß das aber wo ist das hier rennt nämlich noch irgendwo einer rum ne komm so wo ist das wie soll ich da hin aaaah wie soll ich da reinkommen das geht gerade nicht moment mal äh ich muss hier rein oh gott oh gott oh guckt euch das an da ist doch noch jemand das heißt hier war ich noch nicht okay alles klar ach mensch ey jetzt geh doch sterben man so alles klar so oh falle 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 habt ihr das gehört wieder so ein dick wieder so ein dämliches irgendwas keine ahnung was das sein soll aha aha da ist doch da ist er doch ein pfeil typ so wow nein geht er weg so nicht in der tür stehen bleiben man ja weise seht ihr ihn da ist er da rennt er rum ab in den rücken mit dir und nochmal hinterher clock die kills von herrme sind echt brutaler als bei ricky maru teilweise so jetzt ist ja hier irgendwie in die richtung ist noch ein gegner irgendwo so oh was war hat er mich nicht gesehen alter spiel so jetzt und zack ah hier das aha ich hab's gefunden oh mein Gott aber der ist bestimmt oben ne ja der ist oben ok aber so schlecht war es doch gar nicht vielleicht ninja ninja meister oder so leiser was genau wie bei ricky maru das auch ein schwer sperrtyp hier ah mann ich ich wusste es ey nur weil die sich wieder an der wand festhält verdammte scheiße ey was macht der hallo aber der dürfte mich nicht sehen ja ja ist das blöd ey nur weil sie sich an der wand festhält das ist doch teilweise echt was machst du denn oh mein Gott so von geht er hier runter alter ist noch nicht wahr hier ist noch irgendwo jemand wo denn ah hier oder was oh feuer ne das könnte auch ein unschuldiger sein ah ich hab's geschafft ok alles klar sehr gut äh ich weiß jetzt gar nicht ob es hier einen Endgegner gibt müssen wir mal schauen alter alter 1.2 K. 4. Motohide, du hast es bezahlt. 1.2 Ninja-Brett. Lass dich dich zu sprechen. Wait für Genbu! 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 nein ich wollte nein 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 das tut mir leid ich hab die ich habe die cutscene aus dem weg gedrückt ja wir müssen diesen fettsack hier kämpfen auf jeden fall mit 300 hit points ja der ist ein bisschen komisch dieser typ hier auf jeden fall zack zack ui 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 lauf tailtops trinkt das oh man ich hab die cutscene weggedrückt die war nämlich cool na ist egal zack 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 Ah, ich bin meine eigene Krähenfüße. Nein, kein Gas. Oh, ist das gemein, ey. Komm schon, komm schon, komm schon. Granate. Nein. Ach, Mensch. Oh. Ich muss wieder was trinken, ja. So, trink was. Das eine habe ich ja gefunden eben, ne? Ja, genau. Man kann die auch schmeißen während dem Rennen. Das finde ich cool. Ah, jede Menge Schuriken hier verballert jetzt. Ey, Alter. Wie viele Hitpoints hast du denn, Mann? Und zack, 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 zack. Oh, okay, geschafft. Diesmal drücke ich nicht aus Versehen die Cutscene weg. Kenbo ist das strongest. Kenbo ist unbeleidbar. Aber heute, Kenbo wird wegkommen. Hier ist ein Hund in der Tabel. GERER spirpelt. Bohe. LASSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS'SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSGF! Oh mein Gott. sie ist halt gestorben wo dann das geht eigentlich gar nicht aber naja egal ich mache jetzt einfach mal hier weiter schauen wir noch mal die katz die läuft aber schnell mal schau mal ah sire motohide welcome to my war camp greetings lord toter regrettably my nephew still lives however with my expert swordplay i wounded him severely and i kidnapped his daughter assign me two divisions of your troops and i'll finish the job i know i failed but please if i lead your troops today i promise that my flag will fly over goda castle tomorrow i believe you but if i lead my troops today then my flag will fly over goda castle tomorrow what are you talking about you said we wait the wine of victory is sweeter you don't have to share it you you lied have you no honor i have not betrayed my master i am the lord the only master that i serve is me you lie put the princess in the shed i do not want her damaged she will come in very handy when i order lord goda to surrender so much for promises a proper cowards death if my first priority wasn't saving princess kiku i kill to so much for her so much for my mother okay so much for my mother so much for my son okay so much for my mother oh die rettung der prinzessin wir sollen die prinzessin retten aber wir dürfen in diesem level nicht entdeckt werden weil sonst haben wir verloren ja das ist das ist die scheiße drin also wir können nur großmeister schaffen oder irgendwas anderes aber ihr dürft nicht entdeckt würden naja egal die katze war mir richtig cool also ledika ist gestorben weil oder motoride sie gekillt hat und die haben jetzt die tochter mitgenommen und fürst oder hat oder motoride gekillt sozusagen und der will halt den ruhm nicht teilen und jetzt hat er die prinzessin kiko in seiner obfurt genommen um irgendwas mit ihr zu veranstalten ich weiß nicht mehr genau was ja und was es damit auf sich hat jetzt erfahren wir das nächste mal ich würde sagen ich mache jetzt für heute mal schluss ich muss jetzt nämlich die beiden passen noch ändern und ja genau würde ich sagen sehen wir uns morgen wieder in alter frische und damit sagen bedanke ich mich bei euch fürs zusehen und sag mal bis zum nächsten mal ne tschüss